Hallo liebe großartige Nostarafurtz-Community, da ist die Kamera. Auf Nostarafurtz war es die Tage etwas still, deswegen lade ich jetzt einfach mal was hoch und das ist ganz toll. Ich bin hier gerade ein neues Lied am Produzieren und ich mache das gerade in Zeitlupe, weil sich das dann besser verschieben lässt. Das hört sich ganz toll an. Dass ich die Mühe mache, das jetzt beschleunigt abzuspielen, was glaube ich gar nicht so schwer ist, wenn man unten an einem Player rumäumelt, der kann sich das anhören, aber das ist halt nicht so wie es sein soll. Das ist eine kleine Geigelei, obwohl ich vielleicht die doch einbaue, weil ich die doch ganz lustig finde, aber es ist halt erstmal ein Ranzig. Wie dem auch sei. Nostarafurtz-Content. Freue euch auf das Lied, das wird ganz großes Kino. Jetzt habe ich ein Foto gemacht.